Die Eistung Das ist die Eistung Vorher ist die Eistung direkt aufgefangen Das werden alle verbohren Jetzt haben wir die schönen Hüpfel mit Das sind halt hier Die Eistung des Eistungs Die Eistung ist verrückt Das ist halt voll drin Das ist die Eistung Das ist die Eistung Die Eistung Das ist die Eistung Das ist die Eistung Genau das In der Öffentlichkeit Ich bin da in der Flügel. Ich habe die Flügel. Ich bin da in der Flügel. Ich bin da in der Flügel. Ja. Im Retter fliegt es auch. Ja, aber jetzt muss ich mehr im Flankel oder im Tierraum hören, aber es geht eben hoch und ab, und ich bin bloß eigentlich, dass ich selber eins hin und herfahre, und ich selber nicht höre, dass ich jetzt vor dem Wald. Und ich glaube, dass ich jetzt nicht mehr auf dem Weg bin, dass ich jetzt nicht mehr auf dem Weg bin, sondern ich bin nicht mehr auf dem Weg, sondern ich bin nicht mehr auf dem Weg, So, dann nehmen wir hier einen Richtpunkt, später sie rauf, dann gehen wir an. Jetzt gehen sie über 40 Grad runter. Die Beinigung auf 100 Grad. 49 Grad. Nicht ganz, ne? Ja, gerade rauf und rollen. So, dann gehen wir an. So, ne? So, ne? So, ne? Dann gehen wir noch auf die andere Seite. Jawoll. Vollspannende, hinten. So, ne? So, ne? So, ne? So. So, ne? So. So, wiebon. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.